Den Fußball macht man nicht attraktiver, indem man darüber diskutiert, ob man blaue Karten einführen soll, Zeitstrafen, Tore größer machen, wieder mal das Abseits ändern will und, und, und. Sondern meiner Meinung nach kann man den Fußball auf einen Schlag extrem viel attraktiver machen mit etwas radikaleren Änderungen. Und damit haben wir jetzt willkommen hier auf dem Verlosche-Studio-Kanal. Ihr werdet ja auch schon das Thumbnail gesehen haben. Da habe ich es ja auch schon klar und deutlich gemacht, was für Ideen hier kommen werden. Aber seid gespannt, denn ich habe auf jeden Fall auch vor, in diesem Video eine Umstrukturierung vorzustellen, wie man meiner Meinung nach instant den Fußball viel, viel attraktiver machen kann. Das Ganze ist auch eine Art Part 2. Es gab ja schon mal ein Video, wo ich auch nochmal über erste fünf Änderungen geredet habe, wo man ja unterm auch einiges von der NBA lernen kann. Aber kommen wir jetzt zu diesem Video hier. Und zwar zu einem Video, wo ich sehr gespannt auch auf eure Meinungen bin. Denn ich wäre bereit, den Fußball etwas größer zu verändern, um ihn wieder attraktiver zu machen bei all den Sachen, die ihm die Attraktivität des aktuellen Fußballs auch beeinträchtigen. Und das Erste ist gleich mal eine etwas radikalere Änderung. Und zwar, nationale Ligen sollten verkleinert werden. 16 Teams in allen Ligen maximal, lediglich die Premier League darf sich 18 Teams erlauben. Und hier wird es bestimmt viele jetzt geben, die sagen, nein, nicht kleiner machen, die nationalen Ligen sollten nicht verkleinert werden. Aber jetzt mal Real Talk, ich sage es mal ganz deutlich, du hast jede Saison in jeder großen Liga in der Regel zwei, manchmal sogar drei Teams, die einfach scheiße sind. Die einfach keinen Erstliga-Fußball zeigen, die sich kein neutraler Fan angucken würde. Jetzt mal ganz ehrlich, wir gucken wir mal auf die Bundesliga-Tabelle. Da hast du dieses Jahr drei Teams mit Darmstadt mit 13 Punkten, mit Köln mit 18 Punkten und mit Mainz mit 19 Punkten. Wo du bei allen drei Teams sagen musst, also wenn du nicht Fans dieser Vereine bist, dann guckst du dir diese Spiele nicht an, weil sie alle scheiß Fußball spielen. Die spielen alle Kacke. Das ist alles kein Erstliga-Fußball. Das ist alles vom Niveau her Zweitliga und das gehört nicht in die Bundesliga rein sportlich. Sorry an alle Mainzer, sorry an alle Darmstädter, sorry an alle Kölner. Aber wenn ihr ganz ehrlich seid, wisst ihr selber, das ist halt einfach viel zu mangelhaft. Deswegen gehen auch mindestens zwei Teams runter. Eigentlich haben es auch alle drei Teams verdient, abzusteigen. Bin ich sehr deutlich, sorry nochmal an die Fans, aber das muss man einfach so sagen. Und das hast du nun mal jedes Jahr. Du hast keine Saison in der Regel, also es kommt wirklich super selten vor, dass du sagen kannst, ey, du hast 18 Mannschaften, die alle richtig gut sind und bitter, dass zwei absteigen. Aber so sollte es doch sein. In der ersten Liga sollten die Besten der Besten spielen. Und da sollte nicht einfach Teams mit dabei sein, die nicht absteigen, weil andere nur noch viel, viel schlechter waren. Das finde ich immer so ein bisschen komisch, wenn Teams sich halten, weil andere noch eklig schlechter waren. Finde ich nicht cool, selbst in der besten Liga der Welt, die ja wirklich Möglichkeiten ohne erinnert, der Premier League. Hast du in diesem Jahr mit Sheffield United, aber auch Burnley einfach zwei Teams mit 14 und 17 Punkten, die nichts in der Premier League zu suchen haben? Also ganz ehrlich, die haben nichts in der Premier League zu suchen. Wenn man sich Burnley hier und da auch mal Highlights und Co anguckt, also das ist vogelwild. Das ist einfach, wo du dir wirklich manchmal fragst, yo, was stellt ihr da an? Das ist kein Premier League-Fußball. Und deswegen sage ich ganz klar, die Premier League, die hat immerhin, gerade auch im letzten Jahr war das beispielsweise echt ein geiler Abstiegskampf, muss man sagen. Auch von der Qualität her war der echt hoch. Aber auch da sage ich, 18 Teams maximum, der Rest muss auf 16 runter. Du hast dieses Jahr zum Beispiel Salernitane in der Serie, ja, ey, das ist einfach Schrott. So, und das hast du, wie gesagt, jedes Jahr in jeder großen Liga. In den kleineren Ligen wäre ich sogar soweit zu sagen, ey, wenn die Qualität nicht reißt, geh auf 14 Teams runter. Ja, die Ligen kleiner machen. Die Ligen ganz klar kleiner machen das Produkt, dadurch aber zwar quantitativ verkleinern, aber dafür qualitativ erhöhen. Kein Mensch guckt sich im Ausland Darmstadt gegen Köln an. Warum sollte man das tun? Das macht doch kein Mensch. Keiner guckt sich keine Ahnung was an. Also wenn Sheffield United gegen Burnley läuft, da habe ich ganz andere Sachen zu tun, als mir das anzugucken. Das macht einfach keiner. Und wenn du die Ligen gut vermarkten willst, ich meine, die Premier League ist da so ein bisschen außen vor, die macht das super mit der Vermarktung. Aber es hat ja seine Gründe, warum alle anderen Ligen so ein bisschen ja auch struggeln damit, irgendwie Gleichschritt zu halten. Und wenn das Produkt scheiße ist und du regelmäßig 5, 6 Spieler hast, die einfach naja sind und viele Teams eben hast, die nicht so cool sind, ist es ein bisschen schwierig, meiner Meinung nach. Ist eine sehr starke Meinung. Bin mal auf eure gespannt, aber ich bin ganz klar dafür, die entsprechend zu verkleinern. Und ich komme gleich zur zweiten radikalen Änderung. Man muss, man muss, muss, muss die Europa League und die Europa Conference League abschaffen. In dieser Meinung bin ich schon sehr lange. Und Nummer 1, die Europa Conference League. Wie wurde sie vorgestellt? Das ist der Wettbewerb für die kleinen Vereine. So, so. Wer hat das erste Mal die Europa Conference League gewonnen? Ach ja, die Roma. Kleine Vereine, Roma, italienischer Verein. Im zweiten Jahr hat aber West Ham United, ein englischer Vertreter. Warte mal, ich dachte, der Wettbewerb ist für kleine Teams. Dieser Wettbewerb hat seinen Sinn komplett verfehlt. Es ist einfach, das ist der hässliche Bruder von dem hässlichen Wettbewerb von Europa League. Und auch hier nichts für die kleinen Ligen. Abschaffen, Müll, in die Mülltonne. Aber keine Angst, ich habe eine Alternative. Ich trash das ja nicht einfach nur und sage nicht einfach einstampfen. Ich habe eine gute Alternative. Dann kommen wir zur Europa League. Sevilla hat die Europa League in den letzten 20 Jahren sechs Mal oder so gewonnen. Sieben Mal, keine Ahnung. Was hat es Sevilla gebracht? Ich frage es immer wieder, wenn Leute kommen, ah, die Europa League, die ist ja ganz, nein, die ist Müll. Wenn Sevilla sechs Mal die Champions League gewonnen hätte, wären sie ein Team von der größten Manchester United, verdammte Scheiße. Die Europa League ist ein Wettbewerb, der dir nichts bringt. Das Geilste an der Europa League ist, dass du ein Jahr Champions League spielst. Genau, der Wettbewerb ist scheiße. Er ist einfach nur für die Qualifikation in die Champions League ganz cool. Alles andere an diesem Wettbewerb ist Müll. Finanziell lohnt es sich nicht. Prestige ist 0,0 da. Es hat nichts mehr mit dem ehemaligen großen UEFA Cup zu tun. Dieser Wettbewerb ist lachhaft. Wenn ein Team wie Sevilla das Teil in 20 Jahren so oft gewinnt und dann keine Steigerung hat, sondern sich nicht mal verbessert, sondern nachhaltig verschlechtert, was hat der Wettbewerb dann für einen Sinn? Stellt euch mal vor, die hätten im Stile, ich meine, ein anderer spanischer Klub hat es ja ab 2000 Jahren so gezeigt, oder eher ab 2006 kann man sagen, der FC Barcelona. Der hat die Champions League dann innerhalb von ein paar Jahren immer wieder gewonnen und guckt euch an, was aus Barcelona geworden ist. Ich meine, das war schon immer ein großer Klub, aber Barcelona, dass die so groß sind wie heute, liegt einfach an dem internationalen Erfolg. Sevilla, die sind nicht größer geworden durch diese Erfolge in der Euroleague. Es hat ihnen nichts gebracht. Also du hast einen kleinen Wettbewerb, der de facto einen Scheiß bringt und du hast einen Wettbewerb, der für die kleinen angeblich geschaffen worden ist, wo du aber sagen musst, ja, den Gewinn am Ende wieder nur Teams aus den Top liegen. Wow. Aber ich habe die Lösung. Sonst würde ich dieses Video nicht machen. Und zwar, Punkt Nummer 3. Du musst die beiden Wettbewerber ja abschaffen. Stock die Champions hier auf 48 oder 64 Teams auf. Mach einen ganz großen Wettbewerb daraus. Wirklich so, dass da viele mit teilnehmen und wirklich einen heftigen Wettbewerb. Am Ende geht es auch hier um Geld und Co. Aber dafür schaffst du einen neuen Wettbewerb für die kleinen Ligen. Und auch hier, Leute, ich weiß, jetzt mit der Champions League werden es viele skeptisch sehen. Am Ende des Tages tut es dem Wettbewerb nicht weh, wenn beispielsweise aus der Premier League fünf Teams oder sogar sechs Teams mitmachen. Die Qualität ist einfach krank in der Premier League. Ich habe ja gerade über die Breite geredet, aber gerade in der Spitze. Ich meine, es würde niemandem wehtun, wenn du aus der Premier League Arsenal mitmachst. City, Liverpool. Dann hast du noch die Spurs, Aston Willard zum Beispiel und Man United als Beispiel. Oder wenn aus der Bundesliga dann halt die Top vier, ich sage jetzt mal Leipzig, Dortmund mitmacht. Dann hast du jetzt Überraschungsmannschaft Stuttgart, Leverkusen, Bayern. Mann, das ist doch geil, wenn so viele Teams-Männer aus der Serie A, die in der Breite oben richtig krass ist, aus der La Liga. Das tut dem Wettbewerb nicht weh. Plus, dass wenn du das natürlich aufstockst, dass die kleineren Ligen da auch teilnehmen können. Aber, was du auch machen kannst, neben, dass du es aufstockst, was nochmal mehr TV-Geld reinbringt, was natürlich cool ist. Weil am Ende geht es immer auch ums Cash. Wenn du was änderst, musst du auch das Cash erhöhen. Das machst du mit mehr Spielen und Co. Wenn du das auch nochmal erhöhst, kannst du auch kleine Gruppen beibehalten, wovon ich ein Fan wäre. Weil Gruppenphase ist eh immer so lala. Aber du könntest eine K.O.-Phase mehr machen, was schon mal richtig geil ist. Am Ende Champs League, das Geilste an diesem Wettbewerb ist die K.O.-Phase. Größerer Wettbewerb, eine K.O.-Phase mehr. Nice. Plus, du hast nur noch diesen einen Wettbewerb. Keine scheiß Europa League mehr. Keine Conference League mehr. Hören wir auf mit diesen Kompromissen. Mehr Teams in einem fetten Wettbewerb. Das Nonplusultra. Let's go. Und für die kleinen Ligen, ein Wettbewerb, wo die Top 8 Ligen ausgeschlossen sind. Wie gesagt, die kleinen Ligen können sich auch für diesen großen Wettbewerb qualifizieren, in meiner Idee. Ohne da jetzt zu spezifisch reinzugehen. Aber natürlich nicht mit so vielen Plätzen. Aber die sollen einen Wettbewerb haben, wo die Top 8 Ligen laut UEFA-Ko-Effizienten ausgeschlossen sind. Weil dann hast du wirklich einen Wettbewerb für die kleinen. So, dass man schwedischer, ähm, Dings, äh, einen europäischen Wettbewerb gewinnen kann. Vielleicht hast du dann mal einen norwegischen Sieger, was weiß ich, aus anderen Ländern. Wirklich einen europäischen Wettbewerb für die kleinen Teams. Ausgeschlossen die Top 8. Ab Position 9 gerne. Weil dann gewinnt eben nicht Roma, West Ham das Ding. Oder dieses Jahr vielleicht Fiorentina oder Lille oder so. Also, Wettbewerb für die kleinen. Come on, das ist doch Bullshit. Also, so hätte man wenigstens einen richtigen Wettbewerb für die kleinen Teams. Und müsste nicht so, ja, so ein bisschen PR machen. Und am Ende will man einfach nur einen dritten Wettbewerb, um nochmal ein bisschen mehr TV und Co. zu haben. Man hat gesehen davon, dass ich es eh dämlich finde, dass die Conference League, der der kleinere Wettbewerb ist, mit der Europa League die gleichen Sendezeiten haben. Warum zum Teufel sollte sich ein Neutraler, wenn er sich schon diese scheiß Europa League antut, sich die Europa Conference League antun, wenn er nicht Fan dieses Vereins ist? Also, ich kapiere es sowieso nicht. Aber es ist nur meine Meinung. Und wir kommen gleich weiter zur Umstrukturierung. Ich will den Fußball umstrukturieren. Ich will es attraktiver machen. Wir kommen zu den Nationalmannschaften. Jetzt, wo ich es gerade aufnehme, ich weiß nicht, wann es rauskommt. Aber jetzt, wo ich es gerade aufnehme, was haben wir da? Wir haben Nationalmannschaften. Hey, Freundschaftsspiele und dies und das. Und ich glaube, es geht jedem Vereinsfan so, es fuckt einfach nur ab. Diese Nationalmannschaftsspiele fucken nur ab. Es macht keinen Spaß. Es ist jedes Mal so random, eine Pause plötzlich. Hören wir auf mit der Scheiße. Lass uns das doch mal mit ein bisschen Struktur machen. Nummer eins, warum braucht eine Nationalmannschaft überhaupt ständig irgendwelche Freundschaftsspiele? Was soll das? Hier Freundschaftsspiele irgendwo. Wenn irgendwann ein Jahr vor einem Turnier braucht keiner Freundschaftsspiele. Es ist irrelevant, was dort passiert. Es ist irrelevant, was ein Jahr vorher in einem Freundschaftsspiel passiert. Lass uns das Ganze doch unterteilen in Blöcken. Also maximal in einen oder zwei Blöcken. Beispielsweise würde ich aus der Qualifikation PR-technisch viel mehr rausholen. Was meine ich damit? Lass die Saison vorbeigehen. Vereinsfußball fertig. Und dann machst du, wenn du kein Turnier hast, die Quali-Spiele. Und machst das innerhalb von drei, vier Wochen und hast wirklich so ein Feeling mit, ey, jetzt ist Nationalmannschaft. Jetzt ist Nationalmannschaft. Nur Nationalmannschaft. Fokus nur darauf. Kein Vereinsfußball mehr. Fokus auf die Nationalmannschaft. Dann würde ich es mir auch wieder angucken. Ich gucke mir Nationalmannschaft, die Freundschaftsspiele und sowas nicht mehr an. Weil es ist zu random, zu dumm. Lieber in Blöcken. Dass du zum Beispiel sagst, ey, wenn ein großes Turnier ist, wie jetzt EM oder WM, dann machst du irgendwann in der Saison einen Block mit zwei Wochen zum Beispiel Freundschaftsspiele, wo du vier Spiele hast. Zack, machst das da. Dann kann der Nationaltrainer auch testen. In einem Jahr, wo ein Turnier ist, in einem Jahr, wo kein Turnier ist, brauchst du keine Freundschaftsspiele, wozu? Und dann machst du halt wirklich die Quali-Spiele in einem Block. Wirklich, dass du sagst, ey, hier hast du jetzt die drei Wochen Nationalmannschaft. Du kannst das PR-technisch vermarkten. Du kannst richtig machen, die Wochen der Nationalmannschaft qualifizieren. Du hast puren Fußball. Du hast auch so ein Feeling wieder für die Mannschaft. Du kannst dich damit identifizieren, weil es wirklich ein paar Wochen nur um diese Mannschaften geht. Und nicht dieses, ey, ich gucke gerade, was weiß ich, Liga, punktgleich irgendwie ein krasses Duell kommt und in zwei Wochen, warum in zwei Wochen erst? Ja, wieder Nationalmannschaft. Deutschland spielt gegen Luxemburg. Ja, geil. Können wir das bitte skippen? Ich will das Duell Bayern-Dortmund sehen oder Bayern-Leverkusen. Meiner Meinung nach wird es echt Zeit, das zu strukturieren, abgesehen von den ganzen Verletzungen, die dann auch immer wieder geschehen, weil du dann, keine Ahnung, dann hast du deinen Topspieler, der dann ausfällt für die nächsten vier Monate, weil er Vollgas gegeben hat gegen, ja, Äquatorial Neuginär oder so. Cool. Danke viel nichts, Nationalmannschaften. Wie gesagt, mit einer Umstrukturierung wird es viel, viel geiler. Und jetzt kommen wir mal weg von den Mannschaften und den radikalen Änderungen dort, zu einer weiteren radikalen Änderung und die, glaube ich, auch wieder hier etwas kontrovers werden könnte, aber wir haben die Szenen in der Türkei gesehen. Wie gesagt, ich weiß nicht, wann dieses Video genau rauskommt, dann sind es vielleicht schon zwei, drei Wochen her. Aber wir haben die Szenen in der Türkei gesehen, Spieler und Fans, wie sie sich kloppen, wir sehen es in Frankreich, ich brauche eigentlich nichts Einzelnes aufziehen. Wahrscheinlich, wenn dieses Video rauskommt, gab es schon wieder irgendwas. Wir sehen es immer wieder und man muss es einfach ganz klar sagen, rigorose Strafen für Fans, keinerlei Toleranz mehr für diese ganzen Einzelfälle. Denn nein, leider muss man es sagen, ich bin selber Fußballfan, seitdem ich klein bin, ich liebe den Fußball, es ist die geilste Sportart der Welt. Aber, und das muss man als Fußballfan zugeben, keine Sportart auf der Welt hat dümmere Fans als der Fußball. In keiner Sportart gibt es mehr Gewalt, in keiner Sportart gibt es so viel Erhöhung und so viel, der ist der echte Fan und ja, die machen vielleicht mal Gewalt, aber ein bisschen Stimmung und so viel Ignoranz, so viel Dummheit auch einfach und so viel Pöbelein und so weiter und nein, leider sind es so Sachen wie in der Türkei dieser Vorfall oder sonst wo keine Einzelfälle. Jeder Verein, du kannst jeden Verein aufzählen, immer hast du irgendwo irgendwas, egal was und am Ende, worum geht es? Es geht um ein bisschen Fußball, Mann. Ich liebe Fußball auch, aber es geht darum, dass da ein paar Leute in den Ball kicken, wie dein Scheißleben ändert sowieso nichts. Selbst, ey Mann, ich würde mich totes freuen, wenn Juve 15 Mal die Champions gewinnen würde oder sonst was, das wäre das geilste der Welt. Aber Essen auf dem Tisch bringt es mir trotzdem nichts. Ich bringe doch keinen Inter-Fan um oder so, weil er jetzt Fan von Inter ist. Ist mir doch scheißegal, soll er Hardcore-Inter-Fan sein? Ich meine, für mich falsche Vereinsauswahl, aber ich werde den nicht hassen oder so. Und leider sind aber Fußballfans wirklich dermaßen bescheuert einfach. Und ich sage ganz ehrlich, am Ende, die Vereine machen eh nichts. Wir haben das Thema nicht seit ein Jahr, nicht seit zwei Jahren, nicht seit 20 Jahren, nicht seit 40 Jahren, sondern seit keine Ahnung wie viel Jahren. Da müssen alle einfach mal regelrose strafen, wenn so eine Scheiß passiert. Drei, vier, fünf Geisterspiele instant. Der Verein schafft es nicht, die Fans zu kontrollieren? Ey, dann nimm ein bisschen Geld in die Hand, nimm dir ein paar vernünftige Ordner, statt dass du da Leute hinstellst, die, keine Ahnung, Mindestlohn kriegen. Oh, Wunder, die können da, keine Ahnung, 500 Feuerwerkskörper reinbringen, Waffen und sonst was. Ganz ehrlich, bei den Securities in den Stadien, das ist doch kein Wunder. Aber ganz ehrlich, von denen erwarte ich auch nicht viel, weil die kriegen Mindestlohn. Ganz ehrlich, 12 Euro? Da gehst du da nicht rauf, wenn sich da irgendwelche kloppen und riskierst dein eigenes Leben. Dann denkst du, komm, sollen die Idioten sich kaputt schlagen? Interessiert die doch nicht und ich kann denen keinen Vorwurf machen. Der Vorwurf geht da an die Vereine, die teilweise wirklich Umsetzer und die Wahnsinn sind, die dann nicht bereit sind, diesen Leuten vielleicht auch mal ein paar Euro mehr zu zahlen. Also dahingehend, die Vereine in die Pflicht nehmen, rigorose Strafen, Auswärtsverbot ist zum Beispiel eine Sache, die ich ganz stark einsetzen würde. Wenn es gewisse Vereine gibt, dann muss da rigoroses Auswärtsverbot geben. Gibt es ja auch teilweise schon, aber es reicht mir nicht. Beispielsweise Juve Napoli, um beim Beispiel zu bleiben, dass ich gute Erinnerungen habe. Da gab es immer wieder irgendwas, da hat die Serie A irgendwann gesagt oder der italienische Verband, ey, bei diesem Duell keine Auswärtsfans. Und ich würde weitergehen. Wenn so eine Scheiß passiert, nicht nur bei diesem Duell, ey, eine Saison lang, ihr dürft auswärts nirgendwo mehr hin. Trifft es alle, ist es scheiße, ist es hart, ja, aber es wird sich sonst nichts ändern. Passiert irgendeine Kacke im Stern und drei Spiele sperre, fertig, Geisterspiel. Weil so tut es auch dem Verein weh. Und nur wenn es dem Verein wehtut, werden die handeln. Weil solange denen es nicht wehtut, werden die halt sagen, oh ja, wir werden versuchen, bla 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 bla. Am Ende des Tages, worum geht es dem Verein? Die wollen Geld machen, die wollen jetzt die Fans reinkommen, die verkaufen in diesem ganzen Marketing mehr als den Club und bla und hier und echte Liebe. Und ihr kennt diesen ganzen Marketing-Scheiß, damit catcht man halt die ganzen Fans. Und die glauben daran, ja, mein Verein und bla. Es geht am Ende nur, der Verein macht alles, um den Fans zu gefallen. Somit die Fans Geld in die Kasse entspielen. Punkt. Das ist einfach die kalte Seite des Geschäfts. Ist halt so. Und solange diese Fans, egal was die dann am Ende anstellen, so schlimm es auch ist, solange die kommen und zahlen, ist es dem Verein scheißegal. Dem Verein tut es erst weh, wenn die richtig Kohle abdrücken müssen. Und wenn zum Beispiel mal das Stadion ein paar Spieltage einfach mal ein Geisterspiel ist, ist zwar scheiße und keine Frage mit Fans und Co. Das ist tausendmal geiler. Aber nur wenn du den Verein hart triffst, wird sich irgendwann mal was ändern. Weil vielleicht wird sich da ein oder andere Verein dann denken, ey, vielleicht sollten wir dafür sorgen, dass so eine Scheiße nicht passiert. Somit dann auch ganz normale Familien ins Stadion gehen können. Somit einfach normale Menschen ins Stadion gehen können, ohne dass du Angst haben musst, als Krüppel heimzugehen. Denn auch wenn alle immer rumholen, in England ist die Stimmung nicht mehr so krass wie früher und wir haben die geilste Stimmung und so. Keine Stimmung der Welt rechtfertigt Gewalt. Hört auf mit dieser dummen Argumentation mit. Ja, da und das, aber keine Stimmung. Ja, dann geht keiner und geht nach Serbien, guckt euch Rotter Stern, Belgrad gegen Partisan an und dann geht ihr als Leiche nach Hause. Oh, Stimmung habt ihr dann gehabt. Ja, aber wollt ihr da mit euren Familien hin? Könnt ihr ja selber mal beantworten. Oder in vielen anderen Derbys, ey. Also come on, es ist am Ende nur, Fußball ist nur ein Spiel, was man sich angucken soll und leider haben wir rundherum ums Fußball viel zu viele Vollidioten, wo endlich mal was getan werden muss. Weil diese Diskussion haben wir ewig, diese Diskussion führt man seit über 20 Jahren und nur harte, rigorose Strafen sind das einzige Mittel, was diese Leute verstehen. Man hat es in England gesehen, ey, England war das Land der Hooligans schlechthin, rigoros durchgegriffen und England ist inzwischen in den meisten Fällen wirklich super, super easy. Da hätte ich jetzt keine Angst mit meiner Fam ins Stadion zu gehen. Das ist in vielen anderen Teilen im europäischen Fußball leider nicht der Fall, wie wir zuletzt eben unter anderem auch in der Türkei gesehen haben. Das sind auf jeden Fall meine fünf Änderungen, meine fünf teilweise radikalen Änderungen. Was ist eure Meinung dazu? Gerne in die Kommentare ballern. Ich habe eine starke Meinung, Leute. Ihr könnt eure Meinung gerne auch in die Kommis ballern. Ich melde mich ab und bye bye.